Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Call of Juarez, ganz länger, die Demo. Ich bin hier gut davor, ja, ich muss hier in den Stall gehen. Ich muss die Pferde fertig machen, wir mussten nämlich für jeden mit Billy das Kind. Warum nennt er sich eigentlich Billy das Kind, weil das so kurz ist? Weil ich meine, wenn ich so einer wäre wie der, dann würde ich mir einen besseren Namen suchen als Billy das Kind. Ja, so, aber der... Okay, verstecken wir uns mal im Kornfeld und holen uns ein paar Hühnchen. Haha, ich mag Hühnchen. Das ist aber so sehr. Kentucky Fried Chicken. Chicken Nuggets. Jawohl. Nach dem Kampf, vielleicht können wir uns selbst zu einem Frieden-Fried-Chicken behandeln. Oh mein Gott, ich mag den Typ. Zwei Köpfe, ein Gedanke, mein Freund. Wow. Oh, zum Glück bin ich hier an. Schaut euch diese Weiden an, der Wald. Wild West. Mit vielen Kakteen. Oh, Drücke 1, was? Achso, gar nicht. Achso, ich kann was auf. Oh, was Neues hier, okay. Längere Kombos. Äh. Ja, dann nehme ich die mal einfach mal. So, alles klar. Äh, nee. Jawohl. Doppelschuss hier. Weidhändig möchte ich schieße. Und schieße ihm. Kürbissuppe gibt's zum Grillhähnchen dazu. Hm, es ist still hier. So still. Die Vögel wissen, dass was nicht in Ordnung ist. Und das ist, wenn ich, Sheriff Pat Garrett. Ich verstehe, dass du mit ihm gehst, mit ihm, Herr. Das backstabbing-bastard mit dem Takt-on-Tin-Star. Ungeschickt, was? Hehe. Oh, halte dein Gegner mit Maus im Fokus. Drücke leer, um fortzufahren. Oh, wir duellieren uns. Oh. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Halt dich. Oh nein, du entkommst mir nicht, mein Freund. Komm schon. Bleib im Fokus. Ich möchte dich näher anschauen, mein Schatz. Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke Linke-Taste, um die Waffe zu ziehen. Zieh mit Maus und schieße damit L. Au. Double Kill. Du bist tot. Weil bei 0,567 Sekunden war dir die Hand deines Gegners im Auge. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ist das gut? Okay, im Fokus behalten, im Fokus behalten, im Fokus behalten. Fokus, 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 Fokus. Fokus, ich hab dich im Visier, mein Freund. Wo zieh dich denn dir hin? Mein lieber Schall, ich bin nicht versaut. Hä, hä, hä. Hä, hä. Au, hey. Wie mach ich das? Okay, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Hä, wie mach ich das? Ach so, erst ziehen und dann schießen. Verstehe ich das richtig? Okay. Fokus, Fokus, Fokus. Jetzt bewechselst du dich nach rechts. Ich bin nämlich ein Hellseher, musst du wissen. Okay, okay. Mitten ins Herz zähl ich dir. Äh, Waffe ziehen. Ach so, ziehen und dann. Und? Falltreffer. Hatte ihr in etwa mit... Hatte ihr in etwa mit... Habt ihr auszugraten, Deja Vu? Bam. Cool, das ist echt wie bei Prince of Persia. Beim ersten Teil, da war es auch so, wenn man vorzeitig im Spiel gestorben ist, sagte dann, Halt, 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 das war anders. Lasst es mich nochmal erzählen. Gattacke von Chicken. Mh. Er traf ihn, er hat ihm mal so eins mit der Schaufel rübergezogen. Hallo. Step inside. Und... Anscheinend doch, ja. Das letzte, was ich gehört habe, war Gerrits Sprache. Das ist nicht, Billy. Und geh auf, wie hat es endet? Und... Boah, das war nur das Beginn. Meine Hände sind aber auch trocken, aber ich brauche ein paar Lubrikation. Alles klar. Später. Wo geht es jetzt weiter? Kommen wir wieder ins Menü. Was ist das? Karl of yours ganz länger meine damen und herren das war die thema von diesem interessanten spiel muss ich sagen jetzt diese szenen vom weiteren spielverlauf sieht nach einer ganzen menge spaß aus wenn man nach einem guten ego shooter im alten western style sucht ich hatte viel spaß bei dieser demo demnächst kommt dann noch mal ein kleines letztes zu einem spiel was ich lustig finden werde sicherlich ich finde viel lustig bin leicht zu begeistern und ich hoffe euch dass auch euch dieses letztes gefallen hat wenn ja dann lasst es mich doch wissen durch einen kommentar oder durch ein dämmchen nach oben und empfiehlt mich doch euren freunde weiter damit ihre langeweile verpflichtet und meine zuschauer schafft steigt und ja dann würde ich sagen sehen wir uns bei meinem nächsten video ich bin 93 wo alle auf den detainio und wie ein alter westernein wie gesagt es noch mal sonnen auf und sonnenuntergang haben wir leider nicht sonst würde ich den in den jetzt rein damit ich jetzt meinen kleinen wackelpudel hier bereiten und dann das klingt jetzt wieder komisch ich klinge wieder komisch ich werde wieder komisch das heißt das video muss beendet werden also jibby jay jay schweinebacke genau das wollte ich sagen also tschüss and goodbye